Moin Freunde und herzlich willkommen zu meiner ausführlichen Firims Notizenbesprechung. Hier quatschen wir alles durch, was Firim da so notiert hat. Wenn ihr nur an dem Erfolg und den Spawnpunkten interessiert seid, habe ich den Quickerheit oben rechts für euch verlinkt. Legen wir los. Firim im Exil, Teil 1 Mein Exil beginnt und ich bekomme die Ereignisse nicht aus dem Kopf, den mich an diesem Punkt geführt haben. Sie wollten mir nicht glauben, machten sich über mich lustig, wollten mich heimlich ersetzen und gerade als der Zweifel die Klingen aus ihren Scheiden trieb und sie mir ein Ende setzen wollten, geschah es. Die Geometrie war klar vor mir, die Fraktale richteten sich aus und schließlich fand ich den Weg nach Zerret Mortis. Kein anderer Verstand hätte je die Formeln für den Erfolg erkannt. Ein Portal nach dem anderen erschien, veränderte sich, zog sich lang, bis es im Kreis zu sich selbst zurückgekehrt war. Kein Wunder, dass so viele vor mir versagt hatten. Die Narren unserer Expedition plünderten die Geheimnisse des Landes und bezahlten für diese Torheit. Hatte ich sie nicht gewarnt, dass die Ersten ihre Geheimnisse nicht ungeschützt lassen würden? Die Überlebenden hatten ihre Lektion gelernt und meine Warnungen befolgt. Wir entdeckten einen sicheren Platz, eine Zuflucht, in der unser Werk beginnen konnte, doch die zerbrechliche Harmonie war nicht von langer Dauer. Firim, also der, der den Weg nach Zerret Mortis geöffnet hat, der, der die Expedition quasi hierher leitete. Mittlerweile ist er bekannt als der Verbannte unter seinen Leuten. Also da scheint es dann noch ein bisschen eskaliert zu sein. Hier in dieser Erinnerung war er aber bestrebt, die anderen zu retten, ihnen ein weiteres Leben hier zu ermöglichen. Aber viele haben eben gedacht, naja, wir looten und leveln eine Runde, was dann dazu führte, dass die Verteidigungsmaßnahmen in Form dieser Automa kurzerhand alle zerfetzt haben. Die versuchten, diesen Geheimnissen auf die Schliche zu kommen. Insofern Firim ein guter, ein begeisterter Forscher, jemand, der sich mit diesen Geheimnissen der Ersten gut auskennt. Aber das schien dann ja irgendwie zu seinen eigenen Ungunsten gelaufen zu sein. Das erfahren wir sicherlich im Folgenden. Je tiefer wir uns in die Geheimnisse von Serret Mortis stürzten, desto stärker wirkten sie auch auf meine Kollegen. Selbst Vollstrecker Algriffs begann unser neues Wissen als heilig zu erachten, und niemand unserer Expedition sehnte sich mehr nach Ruhm als er. Mit der Zeit entdeckten Alara und die anderen die große Wahrheit. Wir konnten dem Aufseher nicht von unseren Entdeckungen berichten. Die Geheimnisse der Ersten durften nicht geplündert werden. Außenstehende würden nur den bedeutenden Zweck von Serret Mortis stören. Wir vernichteten die Portale. Selbst aus meinem eigenen Verstand verbannte ich die Translokationsformeln. Wir mussten jegliche Versuchung bannen, die uns zurück in die äußeren Reiche führen würde. Unsere Herzen sangen erquickt, als wir uns von unserem Kartell lossagten. Von jenem Tag an war ich einfach nur Firim. Und auch wenn mir der Profit vom Wissen der Progenitoren nicht mehr wichtig war, so wollte ich es doch verstehen. Da begann die Spaltung. Diese Kartelle für die Mittler natürlich etwas, was kulturell stark mit denen verbunden ist. Das sehen wir auch bei ihren Namen. Sehr bekannt zum Beispiel Xy-Mox, den wir ja in Schloss Natria und auch im aktuellen Raid wieder haben. Der gehört zum Kartell Xy. Wer sonst einfach nur Mox. Also das binden die in ihren Namen, in ihr Dasein mit ein. Und sich derart abzuspalten, ist eben nicht zuletzt deswegen wirklich sehr speziell und ein großer Schritt. Zumal die Mittler ja eigentlich immer für ein gutes Geschäft leben. Und auch das haben sie jetzt hier weggeworfen, die Verbindung zur Außenwelt, wo man die tollen Geschäfte hätte machen können. Die haben sie abgeschnitten. Und zwar um das hier zu bewahren, um das zu beschützen. Weil sie eingesehen haben, dass das hier etwas Größeres ist. Und sie waren eben ein Teil davon. Ja, und ein weiterer Teil davon wird natürlich durchdrehen. Aufgrund dieses religiösen Eifers, mit denen da rangegangen wird. Also das ist natürlich auch immer sehr gefährlich, wenn man sich dann als die Auserwählten betrachtet. Und, und, und. Da hatten wir ja alle beim Anquesten in Seret Mortis auch genug zu tun, überhaupt zu denen vorzudringen. Zu diesen Erleuchteten da in der Zuflucht. Und Firim scheint hier so ein bisschen normal geblieben zu sein im Rahmen der Möglichkeiten. Und macht bisher eine gute Figur in Sachen Beschützer von Seret Mortis. Teil 3 Warum hatte ich nur so niedere Geister in meiner Begleitung? Selbst in einem Land voller endloser Wunder konnten diese Dummköpfe, die in der Zuflucht an meiner Seite gearbeitet hatten, nicht den Sinn verstehen, der all meine Gedanken und jede meiner Handlungen führte. Ich musste zum Mausoleum gelangen. Sie nannten es Blasphemie, sagten, die Geheimnisse wären zu heilig. Dort warte Wahrheit, der man sich nicht nähern, an die man nicht einmal denken sollte. Mich bezeichneten sie als Ketzer, und als ich unachtsam war, zerstörten sie meine Forschung. Gerade als ich mich der Übersetzung einer neuen Chiffre näherte, sandte Kress seinen Pilger, um sich einzumischen. Unser bitterer Streit wurde immer schlimmer, und es gab kein Zurück mehr. Schließlich erklärten sie mich zum Abtrünnigen und verbanden mich aus der Zuflucht, dem Stützpunkt, den ich ihnen gegeben hatte. Und doch nahm ich diese Demütigung hin, wie nur jemand meiner Intelligenz und Entschlossenheit es kann. Im Exil würde ich sie alle hinter mir lassen. Und das tat ich auch. Der gute Firim, definitiv von sich selbst überzeugt, und wollte natürlich jetzt, wo er hier war und alles aufgegeben hat, was ihn sonst an sein altes Leben fesselte, wäre er natürlich auch tief rein. Der Deep Dive in die Geheimnisse, das Entdecken der Schöpfer, Schöpfer, und, und, und. Ja, und die anderen haben wir im letzten Teil schon besprochen, oder beim letzten Teil, die sich eben diesem ganzen Religiösen hingegeben haben. Die sagen natürlich, Ketzer, Blasphemie, du darfst nicht in das Allerheiligste. Und ja, Firim konnte das natürlich gar nicht verstehen. Da entstanden richtige Streits, große Argumentationen. Das bauschte sich immer weiter auf, und dann platzte das irgendwann auseinander, und Firim wurde verbannt. Interessant, wie sich das doch entwickelt hat, zumal es ja alles Mittler sind. Das heißt, ein Volk, und die sind dennoch vor Streitigkeiten nicht sicher. Das ist klar, das kennen sie auch noch aus der Kartellzeit. Aber dass sie dann hier, gemeinsam gegen den arbeiten, der ihnen all das ermöglicht hat, das ist schon eine sehr spannende Entwicklung. Teil 4 Obwohl ich weiterhin keinen Zugang zum Mausoleum fand, erfuhr ich vieles durch die Beobachtung der Automas. Ja, zu Beginn hatte ich sie unterschätzt. Ich hielt sie für einfache Diener mit noch weniger eigenem Verstand, als man bei den schwachköpfigsten Bediensteten von Oribos erlebt. Aber wie alles andere in Ceret Mortis waren auch sie Teil eines Musters. Eine Geometrie, die sich verschoh, erweiterte und zusammenzog, wie ihr Dienst es von ihnen verlangte. Und schließlich ist dieses Land kein Museum, keine Bibliothek voller Unklarheiten. Nein, es ist eine Werkstatt, eine Schmiede, der jedermanns Nachleben entspringt. Als ich meinen Verstand von den Einschränkungen meiner Wahrnehmung befreite, begriff ich, wie die große Architektur der Progenitoren funktionierte. Nachleben formten sich, um den Urteilen eines Richters zu entsprechen. Und die Automas erfüllten diese Aufgabe, schufen Flora, Fauna und Terrain. Sie schlossen sie in Kugeln ein und beförderten diese in den Zwischenraum, wo sie wie Saatgut in den fruchtbaren Boden sanken. Versteht ihr es? Versteht ihr es wie ich? Alles in den Schatten landen. Absolut alles ist Teil des Musters. Ein geschlossenes System, in dem nichts verloren geht. Selbst Dinge, die scheinbar vernichtet werden, werden für einen neuen Zweck umgeformt. Zweck? Hm. Auch wenn die Bediensteten sehr kurzsichtig erscheinen, verstehen sie vielleicht einen kleinen Teil dieses Geheimnisses. Sehr spannend finde ich hier direkt, dass Fyrem am Anfang sagt, dass Zerret Mortis für die Schaffung der Nachleben in den Schatten landen verantwortlich ist. Ganz davon abgesehen, dass der Prozess super spannend klingt mit diesen Kugeln, die dann aufkeimen wie Saatgut und dann entstehen neue Reiche. Wir wissen auch die Reiche, die wir in den Shadowlands bisher besucht haben, das sind die prominentesten, die wichtigsten für die momentane Ordnung, aber längst nicht alle. Wenn wir uns in den Räumlichkeiten der Richterin umsehen, dann sehen wir so viele Tore, das sind nicht die Tore von den Welten, aus denen die Seelen in die Schattenlande kommen, sondern das sind die Tore, in die die Seelen kommen. Denn die führen zu den vielen verschiedenen Nachleben und den damit zusammenhängenden Welten. Das ist dahingehend besonders spannend, um auf den ersten Punkt zurückzukommen, weil wenn wir hier nur für das Nachleben der Schattenlande schöpfen, können wir dann davon ausgehen, dass wir eine solche Zerret für alle kosmischen Mächte haben. Eine Zerret-Licht, eine Zerret-Leere, dann ein bisschen schicker, Mortis, irgendwelche Lateinbegriffe umformen und dann hat man da einen ganzen Haufen. Und je nachdem, während diese großen 3D-Drucker aka Zerret XY bedient, kann man ja Soldaten schaffen, Reiche für das Nachleben. Wir wissen, die Naru landen zum Beispiel auch nicht in den Schattenlanden, ähnlich wie andere kosmische Wesen, die eben nicht dem Tod derart angehören können, sondern ihre eigenen Domänen haben, zu mächtig sind, um einfach hier als Kyrianer zu landen oder, oder, oder. Und vielleicht haben auch diese anderen Mächte jeweils eine Zerret, die deren Regenerationsebenen eben auch formt oder eben die nachleben, falls nicht jeder von denen sich irgendwie regenerieren kann. Und das finde ich sehr, sehr interessant, zumal wir von den Orakeln, also diesen weisen und mächtigen Automa-Einheiten auch schon verschiedene Worte gehört haben, die in eine solche Richtung gehen. Ja, da hatten wir mal einen gedarter meinten Satz, wo eben auch diese kosmischen Begriffe einfach aufgezählt wurden, ja, im Zusammenhang mit dieser Zerret. Und das ist natürlich höchst interessant und könnte ein Hinweis sein auf das, was vielleicht auch noch kommen kann, beziehungsweise wissen wir, wir reden immer vom kosmischen Gleichgewicht und dementsprechend muss es ja irgendeine Art ähnliche Form auch geben von diesem Zerret-Gelöt. So fassen wir das jetzt einfach mal zusammen. Sehr spannend eben auch die Art und Weise mit dem Zwischenraum und, und, und. Super interessante Beschreibung. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, Firim ist jetzt im Exil, ja, wurde von seinen Freunden verraten, arbeitet auf immer größere Geheimnisse hin. Kann sein, dass er jetzt ein bisschen wahnsinnig wird. Kann sein, dass wir aufpassen müssen, wenn wir ihn als Quelle rezitieren, beziehungsweise angeben wollen, ja, denn er hat auch ein gesundes Selbstwertgefühl, ja, und wenn das alles hochkocht, dann kann es sein, dass hier auch eine Menge Blödsinn erzählt wird. Wir müssen uns bei solchen Texten natürlich auch immer fragen, wer schreibt das da? Hat er wirklich Ahnung? Warum schreibt er das? An wen richtet er sich? Und, 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 ja. Und dass das jetzt hier eher eine Niederschrift ist, um sich selbst zu lobe preisen und diverse Beobachtungen festzuhalten, können wir, glaube ich, noch davon ausgehen, dass da vieles passt, zumal man es mit anderen Bausteinen ja wunderbar zusammensetzen kann, aber Obacht beim weiteren Verlauf. Sehr spannend. Wir kommen zu Teil 5, Freunde. Vorher aber noch ein kurzer Hinweis. Ich habe tatsächlich noch den Reddit-Beitrag gefunden und glaube, bei WowHit und Co. wurden auch schon die Sounds dazu gedatamined, beziehungsweise die Voice-Sequenzen. Und zwar wird es dann ein bisschen schicker formuliert, als ich es getan habe. Ja, wir sprechen da von Mortis, Lumen, Ordos, Vita, Umbra und Tumult. Also, das sind natürlich schicke Begriffe, andere Begriffe für unsere kosmischen Mächte. Ja, Mortis für den Tod, Lumen dann eben für das Licht, Ordos dürfte dann die Ordnung sein, Vita das Leben, Umbra die Leere und Tumult, dann eben das Chaos. Und warum auch immer die solche Begrifflichkeiten haben, ich meine, Zeret Mortis heißt ja auch nicht Zeret Tod. Das hängt möglicherweise noch mit einem größeren Ganzen zusammen. Allgemein, diese Orakel haben viele Sätze parat, die wir uns im Folgenden bestimmt nochmal im Einzelnen ansehen werden und in verschiedenen Videos verarbeiten. Heute soll es aber für dieses große Ganze in dieser Folge vor allem nochmal um diese Begrifflichkeiten gehen und die untermauern ja so ein bisschen das, was wir beim Teil 4 besprochen haben. Teil 5 Ich sah viele Automas verschiedener Größe und Form. Dächter, Erbauer, Sammler, sowie eine kleinere Art, die sich um Wartung und Reparatur zu kümmern schien. Außer ihrer unerschütterlichen Hingabe zu ihren Pflichten teilten diese Automar noch eine Eigenschaft, ihre Sprache. Es waren keine Worte, die ich hätte verstehen können, sondern nur Töne und Echos. Ihr solltet wissen, dass ich, Firim, für meine Sprachkenntnisse berühmt bin, aber auch wenn die Ankunft in den Schattenlanden sterblichen Seelen die Kenntnis der Worte des Todes vermittelt, behalten viele die Erinnerungen an die Sprache, die sie in ihren Welten gesprochen haben. Und was soll ein System mit verschiedenen Mustern an Geräuschen schon sein, wenn keine Sprache? Bei meinen Befragungen Sterblicher hatte ich endlose Sprachen erlernt. So war ich zuversichtlich, dass auch die Sprache der Automas nicht zu schwierig zu begreifen sein würde. Mein Irrtum hätte nicht größer sein können. Die Sprache der Automas bestand nicht einfach aus Wörtern. Nein, sie war Teil der Chiffren selbst. Die Wörter waren Schlüssel zum Verständnis der Geometrie, die Fraktale. Ich hatte noch so viel zu entdecken. Doch dann entdeckte ich eine der seltensten Arten der Automas und mein Verstand öffnete sich. Ja, wir haben viele verschiedene dieser Bot-Einheiten, wenn wir die einfach mal zusammenfassen wollen. Alle haben verschiedene Aufgaben und gehen denen natürlich auch nach. Sehr interessant ist hier der Teil, dass die Seelen bei der Ankunft in den Schatten landen also direkt gewisse Verständnisformeln mit in die Seele gespeist bekommen. Ja, ganz spannend auch, weil wenn Totenbeschwörer Seelen zum Beispiel zurück durch den Schleier holen, also aus den Schatten landen, über den Schleier, rein zurück in den Körper beispielsweise, dann vergessen diese Seelen auch alles wieder, was sie in den Schatten landen erlebt haben. Also da haben wir diese Schleier-Thematik, die ganz klar auch Welten trennt. Und da hat Blizzard natürlich auch jetzt ganz clever gesagt, okay, damit das mit dem Verständnis sofort Sinn macht und damit auch keiner sagen kann, Herr Shadowlands, warum hat uns früher nicht irgendein Todesritter mal was erzählt, wie das da aussieht. Ja, das wird eben ganz klar getrennt und folgt auch so ganz eigenen Regeln. Überraschung in einer Fantasy-Welt. Aber auch darauf legen sie hier so ein bisschen Wert. Fand ich ganz spannend und gleichermaßen auch ein bisschen witzig, dass das so mit reingeflossen ist. Virim also ein Sprachgenie und Sprache kann natürlich mächtig sein. Worte der Macht, Magien, die durch Runen genährt werden, ja, und, und, und. Also das ist ja auch nichts Neues. Ja, hier wird das Rad nicht neu erfunden, sondern Sprache kann auch wirklich eine mächtige Waffe sein und natürlich mit dem magischen Wirken zusammenhängen. Und Firim hat festgestellt, dass hier im Land der Ersten, im Land der Schöpfers Schöpfer, wenn man so will, dass hier Sprache anders funktioniert. Ja, er hat gesagt, Teil der Chiffren selbst, also alles ist irgendwie verschlüsselt, rätselhaft und das merken wir ja auch bei unseren ersten Abenteuern in Serret Mortis, selbst als wir mit unserem kleinen Konstrukt hier versuchen, diesen ganzen Geheimnissen auf die Schliche zu kommen, können wir gerade so einzelne Wortfetzen übersetzen, ja, und müssen erstmal so ein Gespür dafür bekommen, also selbst wenn er große, sprachbegabte Firnprobleme damit hat, wird das vermutlich eine etwas größere Herausforderung werden. Teil 6 In Serret Mortis waren Automas ganz gewöhnlich, doch nicht alle Arten. Eine gab es nur äußerst selten, wie ein poliertes Juwel inmitten endloser Sandkörner, die Orakel. Sie sangen den anderen ein Lied vor. Erst dachte ich, nur ihr Aussehen würde sie einzigartig machen, doch als ich mich einem nährte, um die Arbeit besser zu beobachten, passierte etwas Unvorhergesehenes. Ich hörte dessen Stimme. Doch das Wort Stimme reicht nicht aus. Sicher, ich erlebte das Gefühl, dass jemand in meiner Sprache mit mir sprach, und dennoch war es mehr. Ich spürte die Worte, als ich sie hörte. Die Gedanken drangen in meinen Verstand und übertrugen ihre Bedeutung in mein ganzes Wesen. Welche Worte bot es mir? Bilder, Rätsel, Prophezeiungen. Und sie halten in meinem Innersten wieder. Ich erinnerte mich an meine Unterhaltungen mit Erik Thu und die tausend Wahrheiten, die ich erfuhr. Dann wurde es mir klar. Die Orakel sprachen sowohl eine Wahrheit, als auch eintausend. Die Gedanken waren nicht getrennt, sie kamen alle auf einmal. Und wenn die Orakel, die auserkorenen Aufseher der Werkstatt, derartiges erdenken konnten, wie komplex waren wohl die Gedanken ihrer Meister. Lange Zeit habe ich über all das gespottet, was ich über Titanen, leeren Fürsten und Dämonen aus dem Neter erfuhr. Das Pantheon des Todes war für mich so viel größer. Doch sie alle haben dieselben Grenzen, wie ich jetzt weiß. Die Wahrheit liegt weder in der einen Richtung, noch in der anderen. Sie liegt dort, wo die beiden sich kreuzen. Die Ersten hatten ihre Gaben verteilt, doch keinem Kind überließen sie alle. So ist es kaum verwunderlich, dass die Kinder sich voller Eifersucht stritten. Die Verleugnung lag in ihrer Natur. Als ich das begriff, verlor ich das Bewusstsein, denn ich hatte erneut eine neue Ebene des Denkens erreicht. Junge. Sehr, sehr spannend. Die Orakel. Haben wir eben schon ein bisschen was von gehört. Ja, die also eine sehr, sehr wichtige Position hier einnehmen. Generell dieses Motiv des Liedes, das kennen wir beim Weltenentdecken unserer Titanen. Hatten wir auch immer wieder Formulierungen, zum Beispiel in den Chroniken, dass das Lied des Lebens lockte und lenkte. Von den Welten, von den Weltenseelen und, und, und. So wurde nicht zuletzt auch Azeroth gefunden. Also dieses Melodiöse, dieses Lied-Thema, das kennen wir aus den verschiedensten Richtungen, auch wenn wir beispielsweise an Naru denken. Und da sind wir bei diesen Schöpfern, bei den Ersten. Und Firim scheint hier ja zu betonen, dass die Ersten all diese Gaben verteilt haben, aber keinem Kind überließen sie alle. Soll heißen, er geht auch wirklich davon aus, und das waren ja auch die ersten Theorien, dass die Ersten eine übergeordnete Macht sind. Ja, wirklich die Ersten von allen. Und da gibt es einen Haufen Theorien, dass Azeroth eine Erste sein könnte, dass die Ersten nach dem Schöpfen und Ordnen des Universums, ja, sich selber opferten, um diese Zerret zu erschaffen, um Soldaten, um Werkstätte, um Schmiede zu schaffen, die ihr Dasein quasi ersetzen, ja, und ihre Arbeit fortführen. Und die sehen wir hier. Und in all denen pulsiert ja diese Schöpfungsenergie. Sind diese Zerrets also die Überreste der Ersten im wahrsten Sinne? Oder sind die Ersten in Azeroth? Ja, es ist nicht der mächtigste Titan, der da schläft, sondern die gesammelte Essenz der Ersten. Und deswegen will da jeder ran. Die Kinder streiten sich um die Aufmerksamkeit der Eltern. Denn wer die Essenz dann besitzt, wer die absorbiert, der wird natürlich zum Herrscher des Kosmos. Also das ist völlig klar. Sehr, sehr spannend. Eine andere Theorie war, dass die Ersten einfach eine weitere Kosmosmacht sind, von der wir noch nichts wissen. Eine siebte Macht, aber das bringt natürlich auch das ganze Gleichgewicht durcheinander, was wir von den sechs Mächten aus kennen. Und passt auch nicht ganz zu dem, was Firim hier erzählt. Ja, denn hier wirken sie wie die Eltern, die ihre Gaben verteilen. Und das klingt ja nicht nach einer Macht, die ebenbürtig ist. Ja, mit Licht, Leere und Co. Sehr spannend sind aber auch diese unterschiedlichen Wahrheiten, von denen er spricht. Das habe ich ein bisschen fehlerhaft betont. Er sprach ja hier davon, dass sie nicht nur eine Wahrheit, sondern Tausende ausspricht. Das klingt schon fast nach der Lehre. Wir wissen auch gerade, die leeren Diener werden so wahnsinnig. Nicht, weil die alten Götter unglaublich viel Bock drauf haben, nur wahnsinnige Diener zu haben, sondern die sehen alles. Die sehen einfach alles. Alle Möglichkeiten, alle Wahrheiten, alle Optionen. Und dennoch sprechen wir hier immer wieder von einem begrenzten Feld. Wenn wir zum Beispiel an die vielen Kampagnenquests in Legion oder auch das Hörbuch Tausend Jahre Krieg, wenn wir an all das denken, wo es auch häufig um Licht und Leere ging, gerade dann auf Argus mit Turalion, Alleria und Co. zum Ende des Addons, dann ging es auch darum, dass Licht und Leere tolle Prophezeiungen haben und auch Weissagungen und Teile der Zukunft sehen, wie auch gleichermaßen formen können, aber eben immer nur einen Teil und nicht das große Ganze. Zwei Seiten einer Medaille. Und das spricht Phyrem hier in gewisser Weise ja auch an. Die vielen Wahrheiten, von denen er erfuhr, aber all diese mächtigen Wesenheiten, die Inkarnationen dieser Mächte, die haben dieselben Grenzen. Und auch wenn für ihn das Pantheon des Todes hier in seiner Domäne logischerweise das Größte war, nein, da sind wir nicht nur bei diesen Grenzen, die Weissagungen und die Zukunftsformungen und die Prophezeiungen betreffend, sondern natürlich auch die Grenzen im Bereich des Gleichgewichts. Denn da darf natürlich auch keiner rausfallen. Und hier klingt es so, als hätten die Ersten das auch fest eingeplant, eingeplant, dass das nicht passiert, dass keiner zu sehr aufsteigen kann, dass das nur bedingt gut geklappt hat. Das sehen wir jetzt bei Zoowall, aber da muss ja auch wirklich eine ganze Menge Scheiße passieren, dass der jetzt da stehen kann, wo er steht. Aber das ist natürlich dann eine große Störung dieses Gleichgewichts. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil sich das eben mit vielem kreuzt, was wir auch in der Vergangenheit schon erfahren haben. Und er spricht dann hier in diesem weiteren Abschnitt noch genau das an, was ich eben meinte mit den Wahrheiten, Weissagungen und, und, und. Die Wahrheit liegt weder in der einen Richtung noch in der anderen. Eine Medaille, zwei Seiten. Oder eine Seite, zwei Medaillen. Geht auch, wenn man sein Denken sprengen will, wie viel ihm das getan hat. Sie liegt dort, wo die beiden sich kreuzen. Und da sind wir bei dieser Koexistenz, auch wieder einem Teil vom Gleichgewicht und eben dieser sehr begrenzten Art und Weise, mit der man dann in die Zukunft schauen kann und all diese Prophezeiungen und Weissagungen und, und, und eben treffen kann. Und das scheint, und das ist jetzt der wichtige Punkt, auf den alles zusammenläuft am Ende, denn das scheint von den Ersten bewusst so eingerichtet worden zu sein. Das ist also nichts, was sich im Kosmos so ergeben hat, sondern das scheint alles, und das hat er ja auch immer wieder angesprochen, System zu haben, ja, diese Geometrie, dieses Berechnende. Und das hängt wohl mit dem großen, unerklärlichen Geist dieser Schöpfer-Schöpfer zusammen. Und das ist natürlich eine immens krasse Information, ja, und dennoch würde ich dir an der Stelle mit einem kleinen Fragezeichen versehen, denn bisher haben wir diesen Bericht von Firim. Ja, und da werden wir noch ein bisschen abwarten müssen, wie der sich entwickelt und was wir vielleicht selber noch entdecken, und, 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 gerade im Mausoleum, ja, aber das, was er hier beschreibt, lässt sich durchaus mit Wissen kombinieren, das wir schon seit vielen Addons haben. Und das lässt sich auch, wenn wir eben diese gemeinsame Basis nicht finden aus dem vorherigen, dann lässt sich das aber sehr, sehr gut darauf aufbauen, ja, und ist sehr nachvollziehbar, und das finde ich wirklich stark. Super spannend, und ich kann verstehen, warum sein Kopf fast geplatzt ist. Teil 7 Jede neue Entdeckung in Seret Mortis führte mich zurück zu den Geheimnissen der Ersten. Ich versuchte, ihr Wesen zu verstehen, doch immer als ich mich einer Antwort zu nähern schien, hatte ich mich doch nur weiter entfernt. Ich dachte wieder an ihren Entwurf, das Muster, die Striche, Bögen und Winkel, und die Kurven, all die Kurven. Die sechs Kräfte, die zu einer siebten deuteten und sie dennoch verleugneten. Lange hielt ich dies für einen Widerspruch, bloß eine weitere Variable, eine unbekannte, die gelöst werden musste. Doch das Lied des Orakels hallte weiter durch meinen Verstand, und als mein Fokus verschwamm und mein Halt am Greifbaren nachließ, begann die Geometrie in meinem Verstand Form anzunehmen. Es waren sowohl sechs als auch sieben. Die sechs waren eins, und die siebte ein anderes. Wollten sie vereint sein? Das Lied schien dem zu widersprechen. Es gab sie beide, und doch konnte es nur eins geben. Die Melodie änderte sich. Ich erzitterte vor ihrem neuen Klang. Diese Variable konnte nicht gelöst werden. Sie war eine Lösung, die auf ihre Gelegenheit wartete. Das Lied darf nicht verstummen. Singen die Ersten es wirklich noch? Ich weiß es wahrlich nicht. Aber wenn sie es nicht tun, wenn sie es nicht tun, wer wird es dann tun? Gute Frage. Sehr spannend, dass Virem hier so ein bisschen das erwähnt, was wir gerade im vorherigen Teil besprochen haben. Siebte kosmische Macht passt irgendwie genauso gut, wie es gar nicht passt. Ja, und was war dann dieser Wille der Ersten? Und wo sind die eigentlich gerade? Entweder die haben Besseres zu tun. Was sollte das dann sein? Oder die sind wirklich tot? Wenn ja, haben sie sich so artähnlich geopfert, wie im Vorfeld beschrieben? Oder wurden die getötet? Wenn ja, dann sollten wir uns große Gedanken machen über den, der das bewerkstelligen konnte. Deswegen gehe ich da eher von so einer Art Opferung aus für den großen Plan. Für das, was sie hier hinterlassen haben, um quasi das Gleichgewicht, um ihre Schöpfungen zu erhalten. Wird es so eine Art Wende werden, eine große, dass die Ersten quasi ihre Macht opferten, um das zu erschaffen, was sie heute als Kosmos und die sechs Mächte kennen. Und die werden dann wiederum, ob sie wollen oder nicht, dieses siebte Anstreben, das, was die Ersten verkörperte. Zum Beispiel, indem sie sich Azeroth teilen. Auch wieder, ob gewollt oder ungewollt. Wenn jede der kosmischen Mächte Spuren auf der Seele von Azeroth hinterlässt, dann kann sie sich vielleicht eines Tages erheben als Avatar aller Mächte und hat dann in sich das geeint, was vielleicht auch die Ersten letztendlich anstrebten. Aber irgendwie nur auf diesen Umwegen erreichen konnten, aus Gründen. Und dann könnte Azeroth für dieses Gleichgewicht im Kosmos sorgen, das letztendlich dieser Stabilität natürlich dient, die ja doch aufgrund dieser ganzen mathematischen Formeln und geometrischen Begrifflichkeiten irgendwie immer zustande kommt. Ja, wieder, ob gewollt oder ungewollt. Also, wäre eine sehr interessante Verkettung. Können wir uns das wirklich vorstellen, dass die Ersten sich quasi opferten für das, was wir jetzt kennen. Dann waren die kosmischen Mächte da, die kämpfen jetzt um Azeroth. Wenn Azeroth aber aufwacht, dann besitzt sie von jeder kosmischen Macht etwas und kann somit alle kontrollieren, alle im Zaum halten, ist quasi der Kern des Gleichgewichts und somit das, was die Ersten letztendlich erschaffen wollten. Sind wir also auch nur Teil einer weiteren großen Werkstatt oder, ja, ein bisschen viel Theorie. Aber das sind so die Möglichkeiten, die sich hier, denke ich, gerade ergeben. Ergeben, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, Entwürfe, Muster, Striche, Bögen und Kurven. Ja, es ist eben nicht nur geradlinig, da sind wir wieder, sondern man muss die ein oder andere Kurve fahren, um dann letztendlich auch ans Ziel zu gelangen. Und das kann mal sauber vonstatten gehen und mal sehr, sehr unschön laufen. Das Lied des Orakels halte weiter durch meinen Verstand. Der Fokus verschwamm. Ja, also das ist auch nochmal ganz wichtig, sein Verstand. Der wird hier ja auch neu geformt, erweitert sich. Und ich weiß nicht, ob er vorher noch irgendwelche lustigen Sachen gesnackt hat, ja, die das Ganze verformen. Also das meinte ich am Anfang schon, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil Firim entwickelt sich ja hier auch weiter in eine gute Richtung, eine bedenkliche Richtung. Beides, ja, man weiß es nicht, ist das gewollt oder ungewollt, da sind wir wieder. Damn, gut, dass er das nicht noch die Eltern gefragt hat hier mittendrin, oder? Liebe Eltern, ich hätte auch so eine Frage, wie war das eigentlich mit mir, ne? Scheiß mal auf den Kosmos. Also super interessant. Letztendlich aber genauso gesprochen, als wäre es ein Interview mit einem Blizzard-Entwickler, ja, der dann irgendwie versucht, Fragen zu beantworten, aber eher noch mehr, gerade im Bereich des großen Ganzen, aufgeworfen. Ja, super spannend ist aber auch hier auf Seite 3 das Ende. Diese Variable konnte nicht gelöst werden, weil sie war eine Lösung. Und das finde ich auch super, super spannend, bezogen auf hier oben. Wollten sie vereint sein? Das Lied schien dem zu widersprechen. Es gab sie beide und doch konnte es nur eins geben. Ja, die Melodie änderte sich. Ich erzitterte vor ihrem neuen Klang. Diese Variable konnte nicht gelöst werden. Also höchst interessant und ein Erklärungsversuch auch zur Versinnbildlichung von diesem ganzen, ja, wissenschaftlichen Gelaber hier. Na, ein Versuch der Versinnbildlichung, weil eben die Geschichte mit dem weiteren Verlauf und dem möglichen Ende von WoW, denn wenn Azeroth dann, ich sag mal, geboren wurde, dann kann da eigentlich nichts mehr drüber stehen und dann ist wirklich Ende im Gelände. Ja, das Lied darf nicht verstummen. Singen die Ersten ist wirklich noch. Ich weiß es wahrlich nicht. Der große Firim hat also auch mal keine Antwort. Aber wenn sie es nicht tun, wer wird es dann tun? Vielleicht auch wir. Vielleicht ist Azeroth auch nie dafür vorgesehen gewesen, sich zu manifestieren. Ja, sondern sind wir als Champions, als Kinder von Azeroth, durch diese jahrelange Verbindung, nicht nur sowas wie ihr Immunsystem, sondern auch wirklich ihre bereits lebendigen Inkarnationen in der besten Version ihrer selbst? Sind wir die, die singen werden, die all das zu Ende bringen, was die Ersten hier begonnen haben? Aus Gründen, ja, und da sind wir wieder. Bei den großen Fragezeichen. Aber ja, wahnsinnig tolle Notizen und wahnsinnig interessante Aussagen, auf die wir mit Sicherheit nochmal zu sprechen kommen. Es gibt noch eine achte, noch ein Epilog auf seinem Schreibtisch. Mal sehen, ob der Wahnsinn ihn da vollends verzerrt hat. Ja, zumindest hat der Wahnsinn die Seite Nummer 8 verschlungen. Eigentlich gab es auf dem Test-Server diese achte Seite hier zum Abholen. Die zählte auch in den Erfolg rein. Da haben sie jetzt ein bisschen was geändert für die Live-Version und die Seite konnte bisher nicht gefunden werden. Kann sein, dass das so ein Day-One-Patch-Bug ist. Kann sein, dass die einen totalen Katastrophen-Spawn-Timer hat. Oder da stehen eben Sachen drin, die wir jetzt noch gar nicht wissen sollen und die Seite wird erst im weiteren Kampagnenverlauf frei. So oder so kommen wir da noch gar nicht ran. Wenn es soweit ist, dann werden wir uns dazu auf jeden Fall wiederhören und in einem Teil 2 oder einem ähnlichen Video das Ganze natürlich noch mal aufgreifen und bequatschen. Ich denke aber auch so, war das ein ganz wunderbarer Einblick und ein sehr, sehr interessanter Talk. Zumindest für mich. Ich hoffe für euch auch. Und dann sehen und hören wir uns in den nächsten Videos wieder. Vielleicht schreibt vielem die gerade auch erst, so wie ihr da rumhantiert. Wir werden ein Auge drauf haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Lore oder Hörbücher oder ähnliches wollt, dann findet ihr hier jetzt ganz, ganz viele Sachen verlinkt und könnt euch natürlich super gern auf meinem Kanal einmal umschauen. Ansonsten bleibt gesund, macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschau!